Herr Drosten, es gibt möglicherweise neue Erkenntnisse zur Übertragung des Virus. Wenn wir bisher darüber gesprochen haben, welchen Weg die Infektion mit dem Coronavirus nimmt, an welcher Stelle im Körper es eindringt und wo genau es sich vermehrt, dann war vor allem vom Rachen die Rede als Teil der oberen Atemwege. Und dann meistens erst im weiteren Verlauf bei einem Teil der Infizierten von den unteren Atemwegen, also von der Lunge. Die Nase kam bisher nur am Rand vor in den Betrachtungen. Nun hat aber eine Forschergruppe aus ganz verschiedenen Disziplinen, unter anderem aus North Carolina, eine Studie veröffentlicht, schon begutachtet. Und da rückt die Nasenschleimhaut plötzlich als Protagonist nach vorn auf die Bühne. Ich würde ganz gern kurz mit den Methoden anfangen, weil was die Forscher da unter anderem gemacht haben, klingt in Teilen so anschaulich, dass man es sogar Kindern gut vermitteln kann. So glaube ich zumindest. Zum einen haben Sie geguckt, welche Mengen des ACE2-Rezeptors wo vorkommen, also des Enzyms, das das Virus braucht, um in die Zelle reinzukommen. Aber was ich meine ist, vor allem Sie haben ein Virus nachgebaut, ein synthetisches Virus mit fluoreszierenden Eigenschaften, das man also anregen und leuchten lassen kann und so die Infektion bestimmter Zellen sichtbar machen. Also wir haben hier eigentlich ein ganz klassisches Verfahren der molekularen Virologie. Wir sprechen da von reverser Genetik und was wir da also machen, ist, wir nehmen das Virus und ich sage da jetzt wir, weil also mein Labor ist jetzt natürlich nicht an dieser Studie beteiligt gewesen, aber wir machen sowas hier schon auch. Wir haben diese Technik auch. Also was man macht, ist, man nimmt das Virusgenom, das hat ja eine RNA-Gestalt, also Ribonukleinsäure und nicht Desoxyribonukleinsäure. Also die DNA, die ist ja doppelsträngig und ein ganz großer Teil der molekularbiologischen Techniken, die basiert darauf, auf der DNA-Ebene Mutationen zu setzen oder auch Mutationen zu untersuchen und so weiter, also Veränderungen zu beforschen. Auf der RNA-Ebene können wir das nicht so einfach. Wir können nicht einfach Mutationen in RNA einfügen. Also Chemiker können das natürlich doch, aber Molekularbiologen, die müssen aus der RNA erstmal eine komplette Kopie in Form von DNA herstellen. Das ist also die C-DNA, ein kleines C vor den drei Buchstaben DNA, die ja groß geschrieben werden. Komplementäre DNA heißt das. Und diese C-DNA, die können wir jetzt klonieren. Also die können wir beispielsweise in ein Plasmid einbauen und dieses Plasmid kann dann in Bakterien vervielfältigt werden. Und aus diesen Bakterien können wir dann auch große Mengen dieses Plasmids präparieren. Und dieses präparierte Plasmid, das können wir dann mit molekularbiologischen Methoden bearbeiten, also zum Beispiel Stücke rausschneiden und andere Stücke reinsetzen. Und aus dieser C-DNA, aus diesem Plasmid können wir dann aber auch wieder RNA abschreiben mit einem Enzym. Und diese abgeschriebene RNA, die können wir dann in Zellen einbringen, in Kulturzellen im Labor. Und dann entsteht daraus wieder eine neue Virusreplikation. Also das Virus legt dann los. Von der RNA werden neue Proteine abgeschrieben. Die Proteine fangen dann auch an, das Virus selbst zu vervielfältigen. Und am Ende kommt aus dieser so behandelten Zelle, der man also diese RNA gegeben hat, dann ein neues Virus heraus im Überstand. Und das ist dann in der Tat ein künstlich hergestelltes Virus. Das ist von einer Zwischenkopie hergestellt. Also es ist eigentlich eine perfekte Kopie des Originalvirus. Das ist nicht unterscheidbar im Labor. Aber was man natürlich jetzt machen kann, ist unterwegs auf der C-DNA-Ebene beispielsweise diesem Virus ein Protein herausnehmen, diesem Virusgenom, und es dann so lassen. Und so schauen, ob zum Beispiel das Virus, das dann dabei rauskommt, vielleicht nicht mehr so gut repliziert. Dann können wir daraus schließen, dass dieses Protein, das wir da rausgenommen haben, vielleicht wichtig ist für das Virus. Das ist also eine Grunduntersuchungsmethode für Viren. Wenn wir wissen wollen, was hat eigentlich so ein Protein, so ein Gen, was hat das eigentlich für eine Funktion? Ist das eigentlich wichtig für das Virus? Und wir können andere Dinge tun. Die Autoren in dieser Studie hier haben das gemacht. Die haben anstelle eines Proteins etwas ganz anderes reingebaut. Und das ist ein Protein, von dem man schon vorher ahnen konnte, dass das eigentlich kein wichtiges Protein ist für die Vermehrung in solchen Zell- und Gewebekulturen. Die haben dieses Protein im Prinzip ersetzt durch ein leuchtendes Protein, GFP, grünfloreszierendes Protein, das kommt aus einer Alge. Das kann man in verschiedene biologische Moleküle einbauen. Und in diesem Fall hat man das eben in dieses Virusgenom eingebaut. Und es kommt dann in der Zelle dazu, dass dieses leuchtende, dieses grün leuchtende Protein exprimiert wird. Und wenn man dann im Mikroskop sich diese mit dem Virus infizierten Zellen anschaut, also mit diesem künstlichen Virus infizierte Zellen, dann sieht man tatsächlich, es leuchtet grün. Und das ist natürlich sehr gut, wenn man herausfinden will, wo in einem Stück Gewebe zum Beispiel dieses Virus exakt sich vermehrt, in welchem Zelltyp. Wir können ja im Labor ein Stück Gewebe zum Beispiel aus einem Operationspräparat nehmen von einem Patienten. Stellen wir uns vor, das ist zum Beispiel ein Eingriff an der Nasenschleimhaut, weil da ein Polyp ist oder irgendwas oder auch ein Tumor. Da wird ja immer auch gesundes Gewebe mit entfernt. Und dieses gesunde Gewebe, winzig kleine Stücke, können wir frisch aus dem Operationssaal holen und mit so einem leuchtenden Virus infizieren und dann unter ein Mikroskop legen. Und unter dem Mikroskop sehen wir dann ganz genau, welcher Zelltyp in diesem Gewebeschnitt, das sind ja nicht alles dieselben Zellen, die haben ja jeweils unterschiedliche Funktionen. Einzelne Zellen haben zum Beispiel Flimmerhärchen obendrauf, die sind dafür gedacht, den Schleim wegzutransportieren in solchen Atemwegsoberflächen. Andere Zellen sind Becherzellen, die machen diesen Schleim und stoßen den ab, sodass also diese Schleimhaut eben eine Schleimhaut ist, also immer mit Schleim bedeckt. Dann gibt es wieder andere Zellen, die machen andere Substanzen, die auch dazu dienen, diese Schleimhaut am Leben zu erhalten. Das sind also sogenannte Clara-Zellen. Also diese drei großen Zelltypen gibt es, ziliierte Zellen, also Flimmerhärchenzellen, dann die Clara-Zellen und die Becherzellen. Die können wir voneinander unterscheiden und können dann eben so ein Operationspräparat mit dem Virus infizieren und dann fragen, welche Art von Zellen wurde hier eigentlich infiziert? Und in diesem Fall sind es mehr die Flimmerhärchenzellen? Genau, also das ist der Befund, der insgesamt dabei rauskommt. Es ist übrigens keine große Überraschung, das war bei dem anderen SARS-Virus in 2003 auch schon so. Trotzdem haben wir bisher über die Nase ja noch gar nicht so viel gesprochen in der öffentlichen Wahrnehmung. Richtig, genau. Also hier ist es auch etwas anders bei diesem Virus, bei diesem SARS-2-Virus. Wir haben natürlich auch schon oft von der Nase gesprochen, wenn es darum ging, dieses spezielle Symptom des langen Riechsinn-Ausfalls. Also diese Patienten, die mit SARS-2 infiziert sind, haben ja zu hohen Anteilen einen Ausfall des Geruchssinns, der offenbar stärker und länger anhält als bei anderen Erkältungskrankheiten. Und das deutet natürlich schon ein bisschen auf die Nase hin, denn oben am Nasendach, da kommen ja die Riechfasern an aus dem zentralen Nervensystem. Die sind übrigens dann auch noch Teil des zentralen Nervensystems und die werden ja anscheinend mit infiziert. Kann man jetzt daraus aber den Schluss ziehen, dass man über die Nase womöglich leichter infiziert wird als über den Rachen? Also dass das tatsächlich so ein Eintrittsweg für das Virus ist? Ja, wir müssen erst mal uns noch kurz vergegenwärtigen. In dieser Studie ist das also jetzt so aufgesetzt worden, dass eben solche Operationspräparate angeschaut wurden und infiziert wurden aus den verschiedenen Stufen des Respirationstraktes. Also Stücke von der Nase, dann aber auch vom Rachen und der Luftröhre, also was man so die großen Atemwege nennt in dieser Studie. Dann aber auch die tieferen Abteilungen des Bronchialbaums bis hin dann zum terminalen Abschnitt zu den Alveolen. Überall dort hat man mehrere verschiedene Dinge gemacht. Man hat geschaut nach der Expression des Viruseintrittsrezeptors, der heißt ACE2 oder ACE2, Angiotensin, konvertierendes Enzym Nummer zwei, so würde man das auf Deutsch nennen. Das Schloss, wo der Schlüssel reinpasst. Ja genau, das ist das Molekül auf der Zelloberfläche, an das dieses Virus andockt, um hineinzugehen in die Zelle. Es gibt aber noch einen Zusatzfaktor und das ist eine Transmembranprotease, die heißt TMPRSS2. Und diese Transmembranprotease und den Rezeptor hat man zunächst mal entlang der ganzen Atemwege charakterisiert, hinsichtlich des Expressionsniveaus. Also wie viel gibt es davon auf den Zellen? Das Ergebnis ist leicht zusammenzufassen. TMPRSS2 ist überall vorhanden. ACE2, der Rezeptor ACE2, der ist aber stärker in den oberen Atemwegen und ganz besonders stark in der Nase vorhanden in dieser Studie hier. Und das führt offenbar dazu, dass eben das SARS-2-Virus dann auch in der experimentellen Infektion, die dann auch angestellt wurde an diesen Gewebestücken, in dem Nasenschleimhautepithel besonders gut wächst und auch ganz besonders gut eben dieses grün leuchtende Protein zur Expression bringt. Daran kann man das erkennen. Also die Nase anscheinend hier ein sehr gutes Zielorgan für das SARS-2-Virus. Heißt das, wir können daraus auch für unser Präventionsverhalten etwas ableiten? Also wir wissen ja, dass man die Atemschutzmaske eigentlich ohnehin immer über die Nase auch ziehen soll, um andere vor möglicher Ansteckung zu schützen. Man sieht allerdings auch immer wieder Leute, die sie nur über den Mund tragen. Also dieses Raushängen lassen der Nase aus dem Mund-Nasen-Schutz, das ist natürlich nicht gut. Das soll man nicht machen, auch ohne diese Studie. Also dafür brauchen wir jetzt diese Studie auch nicht unbedingt. Denn egal, ob jetzt das Virus ganz tief aus der Lunge kommt oder aus dem Hals oder direkt aus der Nase, es ist nie gut, wenn die Nase da frei liegt. Denn dieser Mund-Nasen-Schutz soll ja alles abfangen, was man ausatmet, nicht nur aus dem Mund, sondern auch das, was man aus der Nase ausatmet. Und das kann am Ende auch ganz tief aus der Lunge kommen. Aber jetzt in diesem Fall scheint es sogar noch mal besonders wichtig zu sein. Da gebe ich Ihnen recht. Also es kann eben sein, dass die Ausscheidung dieses Virus, wenn man sich schon klar macht, das repliziert sehr gut in der Nase, vielleicht auch vor allem über die Nase läuft. Und man darf auch nicht vergessen, die Nase, das ist ja nicht nur so vorhanden, vom Nasenloch die direkte Verbindung in den Rachen hinein, sondern der Gesichtsschädel ist ja durchzogen von Nasennebenhöhlen, die direkt mit der Nase verbunden sind. Und dort ist ja auch wieder eine Schleimhaut und dort wird übrigens auch ACE2 exprimiert. Das wurde jetzt hier in dieser Studie nicht so stark mitgenommen, aber das ist schon bekannt. Und es gibt sogar den Befund, dass SARS-2 infizierte Patienten eben Sinusitis haben, Nasennebenhöhlenentzündung. Da ist also auch alles voller Virus und das ist direkt an die Nase angeschlossen. Also ich denke schon, dass man davon ausgehen kann, dass beim Ausstoßen aus der Nase eben auch ordentlich Virus ausgeschieden wird. Und sind für die Behandlung im Krankheitsverlauf möglicherweise auch Erkenntnisse ableitbar? Also kann man vielleicht gucken, ob man schwere Verläufe verhindern kann auf dem Weg, den das Virus durch die Nase in die Lunge nimmt? Ja, also ich glaube, das ist jetzt eher schwierig. Also wir haben in diesem Paper tatsächlich so eine Diskussion. Also was hier gemacht wurde, unter anderem ist auch, man hat sich die Lungen von verstorbenen Patienten angeschaut. Und das waren Patienten, die nicht beatmet waren. Also eine sehr genaue Untersuchung dieser Lungenbefunde. Und was man gesehen hat, was man so beschreibt, ist, das ist ein Verteilungsmuster von Infektionsherden in der Lunge, die eigentlich dadurch zu erklären wären, dass man das Virus aus den oberen Atemwegen aspiriert. So diskutieren das die Autoren hier in dieser Studie. Also sprich, man verschluckt, streng. Ja, oder einatmet. Also im Prinzip in der Frühphase der Erkrankung atmet man das Virus aus der Nase in die Lunge rein. Und da, wo es dann gerade landet, entsteht so ein Infektionsnest. Über den Schleim. Ja, auch das Einatmen von kleinen Flüssigkeits- und Schleimpartikeln, also eine Aspiration. Das wird hier in Verdacht gesetzt in dieser Studie, die Infektion in die Lunge zu streuen. Und es wird eben gesagt, daher vielleicht dieses Auftreten von solchen Infektionsnestern in der Lunge, die entlang des Bronchialbaums sich verteilen von oben nach unten in die Lunge rein. Jetzt ist aber natürlich die Frage, hätte das eine therapeutische Konsequenz? Also das ist natürlich sehr schwierig. Also man kann jetzt erstmal nicht sagen, man soll nicht so doll durch die Nase einatmen, wenn man eine frühe Infektion hat. Also ich glaube, das ist nicht zu machen, das ist nicht zu kontrollieren. Also das ist sicherlich jetzt keine Handlungsempfehlung, die man da geben kann. Was aber doch lohnenswert ist zu überlegen, ist natürlich inhalative Wege der Therapie, später vielleicht sogar der Impfung zu gehen. Also bei der Therapie ist es so, wir haben ja inzwischen erste Substanzen, haben wir hier auch schon besprochen, von denen wir eigentlich wissen, dass die schon die Virusreplikation beeinträchtigen und drücken, was wir ja wollen. Wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, diese Substanzen, die gegen das Virus wirken, Remdesivir wäre eine davon, die müsste man eigentlich in der Frühphase geben. Jetzt könnte man auf der Basis dieser Studie noch was anderes dazu sagen, das haben wir übrigens auch schon öfter mal im Podcast gesagt, man müsste sie zusätzlich außerdem auch noch inhalativ geben, zum Beispiel als Nasenspray oder auch, und das kann man natürlich jetzt mal weiterspinnen, auch als Inhalator, also für die Lunge selbst natürlich auch, wo ja eigentlich die Krankheit dann stattfindet, die Schädigung der Lunge. Eine schlechte Idee wäre das nicht, wenn man diese antiviralen Substanzen hätte, als Nasenspray und als inhalative Substanz, um es in die Lunge zu inhalieren. Und Pharmafirmen arbeiten da auch gerade dran, das also umzuformulieren. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob jetzt so eine pharmazeutische Substanz im Prinzip aus dem Darm erst mal ins Blut muss und vom Blut dann in diese Gewebe eintreten muss, auf unterschiedliche Wege. Oder ob das direkt gehen kann durch ein Benetzen der Oberflächen dieser Schleimhäute und dann ein Aufnehmen über andere Wege dieser Substanzen direkt in die Zellen rein. Und das ist tatsächlich vielversprechend. Also da kann man schon etwas draus ableiten aus dieser Studie. Also bei den Medikamenten kommt nicht nur die Frage nach welchem Medikament ins Spiel, sondern eben auch auf welchem Weg. So ein bisschen wie man bei Asthma-Patienten ja auch Cortison-Spray gibt direkt. Richtig, genau. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und man kann vielleicht ein paar andere Dinge auch noch ableiten von dieser Studie. Also beispielsweise unter der Vorstellung, die Nase nimmt das Virus auf und dort fängt es an zu replizieren. Es ist ja bei so einer Virusinfektion ganz generell so. Wir haben eine Anfangsphase der Virusreplikation und das Virus fängt dann an, in der Schleimhaut sich zu vermehren und wird dann auch bemerkt von den Schleimhautzellen. Und dieses Bemerken, wir sprechen da von Infection-Sensing oder Immun-Sensing, das löst lokale Immunreaktionen aus, vor allem des angeborenen Immunsystems. Zum Beispiel die Ausschüttung von Interferon. Interferon ist so eine erste Abwehrschranke gegen Virusinfektionen ganz allgemein. Und was da passiert, ist, die Zelle, die infiziert ist, die stellt diese Substanz her und gibt sie ab in die Nachbarschaft. Und die Nachbarzellen sind dann im Prinzip gewarnt. Dieses Interferon-Signal, das signalisiert also in der Nachbarschaft eines Infektionsherdes auf der Schleimhaut, hier ist was im Gange, schirmt euch ab. Und dieses Abschirmen, das sieht so aus, dass dann ein Signaltransduktionsweg losgeht, also ein Rezeptorkomplex wird angesprochen. Und dann gibt es eine Signaltransduktionskaskade, das ist der sogenannte Jack-Stadt-Signalweg. Der führt dazu, dass im Zellkern Gene angeschaltet werden, die sonst gar nicht benutzt werden. Die werden sonst gar nicht abgeschrieben. Und wenn diese Gene exprimiert werden in der Zelle, dann stellt die Zelle ihren Stoffwechsel um auf einen ganz anderen Modus. Da werden bestimmte Dinge, die zur Erhaltung des Grundzustandes der Zelle da sind, in den Hintergrund gestellt und sind dann nicht mehr so wichtig. Die Zelle geht also sogar auf Risiko, sich selbst zu opfern dabei. Und es wird Priorität gelegt auf die Expression von Proteinen, die die Vermehrung von Viren blockieren. Das können Proteine sein, die in den Nukleinsäure-Stoffwechsel von Viren eingreifen und leider auch von der Zelle selbst. Also das gehört dann dazu, dass die Zelle auf Risiko geht für sich selbst. Können aber auch andere Dinge sein, zum Beispiel im Produktions- und Ausscheidungsweg von Proteinen aus der Zelle. Wo also bestimmte Wirkungen umgestellt werden, die zur Folge haben, dass die Umgebungsbedingungen für die Herstellung von Viruspartikeln schlechter werden in diesem Proteinherstellungsapparat der Zelle. Und wir sprechen da von all diesen Folgeeffekten in Summe von einem antiviralen Status. Also ein Virus kommt, infiziert ein Nest von infizierten Zellen auf einer Schleimhaut und in der Umgebung dieser Zellen stellt sich ein antiviraler Status ein. Und der schlägt Wellen über die ganze Schleimhaut. Die gesamte Schleimhaut ist dann irgendwann im antiviralen Status. Und das führt übrigens auch zu den spürbaren Krankheitssymptomen in vielen Fällen bei Schleimhautinfektionen. Der Nasenreiz, das sind dann wieder Folgeerscheinungen, da werden dann nochmal Immunzellen angelockt, die dazu führen, dass wieder andere Substanzen freigesetzt werden, die eben diese Reizerscheinungen machen. Und diese ganze Vorstellung einer frühen Virusinfektion, die also direkt da, wo man die Luft einatmet in der Nasenschleimhaut losgeht, die ist jetzt auch ein interessantes Denkmodell für die Akquise einer solchen Virusinfektion und für die Anfangsphase. Also da kommt ein Virus und wir haben in dieser Anfangsphase vielleicht an einer Stelle so eine losgehende Infektion. Und dann hat man eine kurze Zeit die Gelegenheit, noch mehr Virusinfektionsherde aufzunehmen. Also so nach dem Motto, da kommt ein Fleck zum anderen auf dieser Schleimhaut. Aber dann geht dieses Gelegenheitsfenster auch zu, weil dann die Schleimhaut in den antiviralen Status geht. Und die Frage ist, in diesem kurzen Gelegenheitsfenster, und das bewegt sich im Bereich von, ich will sagen, ein paar Stunden bis zu anderthalb Tagen, so mal von der Schätzung her. Das sind eher die ersten Stunden, die entscheidend sind. Da könnte man sich jetzt auch überlegen, ob es einen Unterschied macht, ob man nur einen Infektionsherd abbekommt und von da die ganze Infektion losgeht. Oder ob man eine ganze Zahl von Infektionsherden abbekommt, zehn oder zwanzig. Und an zehn oder zwanzig Stellen in der ganzen Nasenschleimhaut verteilt, diese Infektion losgeht. Das mag natürlich schon einen großen Unterschied dafür spielen, wie schnell dann das Virus hochfährt in seiner Gesamtpopulation in der Nase. Und das könnte natürlich auch eine wichtige Interpretation erlauben auf die Art und Weise, wie man sich so eine Erkrankung holt. Nämlich im Vorbeigehen die Infektionsdosis, die so gerade eben ausreicht, um einen Infektionsherd zu setzen in der Nase. Oder im Gegenszenario, sagen wir mal, dort, wo ein Patient längere Zeit in einem Raum gewesen ist und schon viel Virus in der Luft ist. Und man selber dann auch eine ganze Zeit in dieser Raumluft ist und die vielleicht ein oder zwei Stunden lang einatmet. Und dabei sich immer neue Infektionsherde ablagern auf dieser Nasenschleimhaut. Für mich, muss ich sagen, hilft mir das, um mir vorzustellen, wie so eine Infektion losgehen kann mit einer hohen oder einer niedrigen Infektionsdosis. Hier ist das ein Tonstosis.